Ich habe schon öfter angesprochen, dass Aufräumen und Putzen für mich persönlich nicht so eine große Herausforderung ist, da ich jeden Tag immer so ein bisschen mache und zum Beispiel jeden Morgenabend immer so ein bisschen hier aufräume und so die groben Sachen wegräume, aber natürlich mache ich nicht jeden Tag alles, also ich sage jetzt nicht jeden Tag Staub oder putze jetzt hier richtig durch jeden Tag, denn ich habe am Samstag oder Sonntag, je nachdem, immer so eine kleine Putzroutine, wo ich einige Sachen ja mache, um mein Zimmer sauber und ordentlich zu halten und diese möchte ich heute mal mit euch teilen. Viel Spaß bei dem Video! Wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr schon, dass das Bettmach für mich eine super große Sache ist, die für mich auch sehr wichtig ist. Das mache ich natürlich nicht nur jeden Sonntag oder so, das mache ich natürlich jeden Tag und das ist so die erste Sache, die ich immer mache, also mein Bettmachen. Manchmal wechsle ich natürlich auch noch meine Bettlaken und meine Bettsachen, aber das habe ich jetzt an diesem Tag nicht gemacht und deswegen sehe ich nur, wie ich hier mein Bett erstmal schön mache. Dann geht es normalerweise rüber zu meinem Schreibtisch und dort sortiere ich erstmal die ganzen Blätter, die es so über die Woche angesammelt haben und ich gucke dann erstmal, ob ich die Sachen wegschmeißen kann oder ob ich sie noch brauche. Wenn ich sie wegschmeißen kann, schmeiße ich sie natürlich weg, wenn nicht, dann sortiere ich sie irgendwo ein oder ja, hefte sie irgendwo ein, wo sie dann natürlich hingehören. Und nachdem ich dann die ganzen Oberflächen aufgeräumt habe und alles weg ist, was nicht dahin gehört und alle Sachen in ihrem Platz sind ungefähr, fange ich dann an, das Ganze ein bisschen abzustauben. Und irgendwie macht mir das immer mega viel Spaß, wenn man die Ergebnisse immer so fortzieht und das so ein großer Schritt in der Routine eigentlich ist und das macht dann total viel Spaß. Vielleicht bin ich komisch. Und dann kommen wir auch schon zum richtigen Putzteil und zwar putze ich dann mit den Reinigern von der Marke Cleanie. Vielleicht kennt ihr die Firma Cleanie noch unter dem Namen EcoTab, denn so hießen sie früher. Aber jetzt haben sie nicht nur Tabs, sondern auch mehrere Produkte und deswegen haben sie ihren Namen geändert. Ich persönlich habe hier das Starter-Set von Cleanie. Also ich habe hier einmal einen Glasreiniger, dann einen Allzweckreiniger und noch einen Badreiniger. Und diese Reiniger sind für mich total besonders, da sie super nachhaltig und umweltfreundlich sind. Die Reiniger kommen nämlich in kompakter Tablettenform und dann fügt ihr einfach Leitungswasser hinzu. Also ja, in diese Flasche macht ihr einfach Leitungswasser rein. Das habt ihr natürlich schon zu Hause, also gar nicht irgendwie kostenaufwendig oder so. Und dann könnt ihr einfach die Tabletten noch hinzufügen und schon habt ihr 750ml Reinigungswasser. Und ich finde das einfach viel besser, also den normalen Einwegsprühflaschen gegenüber, da diese einfach wirklich nachhaltig sind. Denn ihr könnt diese Flaschen immer wieder nachfüllen. Ihr macht immer nur neue Tabs, die ihr dann reinfüllen könnt. Und so könnt ihr diese Flasche einfach immer wieder benutzen und müsst sie nicht wegschmeißen, sondern könnt sie wirklich auch mehrmals benutzen. Und zwar ist das Ganze aus recycelten Materialien ohne Mikroplastik in Deutschland hergestellt und ist auch biologisch abbaubar und natürlich auch vegan. Ich benutze die Produkte von Clinia einfach sehr gerne, da sie total einfach sind und sogar echt gut riechen und auch schick aussehen. Ich bin mir einfach immer im Dekoregal sozusagen und stehe da so als Deko rum, weil ich sie irgendwie ganz fancy und schön finde. Ich habe auch noch einen Rabattgurt für euch. Und so kriegt ihr mit dem Wort Lara Emily, groß und zusammengeschrieben, 15% Rabatt bei eurem Einkauf bei Clinia. Nachdem bei mir alles sauber und geputzt ist, räume ich hier noch die ganzen Klamotten weg, die hier rumliegen. Na, das ist wirklich so eine Sache, die bei mir schon mal vorkommt. Also eigentlich ist mein Zimmer nicht so unordentlich, weil ich die Sachen eigentlich immer direkt weg räume, wenn ich irgendwas benutzt habe. Aber bei Klamotten ist irgendwie schon so eine Sache, da ich mich öfter auch mal umziehe über den Taro und deswegen meine Klamotten irgendwie immer hier irgendwie rumliegen. Und das ist eine Sache, die ich dann auf jeden Fall immer mache und die Sachen entweder einordnen in den Schrank oder dann in die Wäsche tue. Beziehungsweise, was ich auch sehr gerne mache, ist die Klamotten mal auslüften zu lassen. Das heißt, ich hänge die einfach aus dem Fenster raus und lasse sie so auslüften. Weil das finde ich ein bisschen umweltfreundlicher, da ich die Sachen dann nicht sofort nach einmal tragen, waschen muss. Aber ich möchte trotzdem besser damit, als die Sachen sofort irgendwie drei Tage ineinander zu tragen. Deswegen finde ich dieses Auslüften schon ein ziemliches Mal. ziemlich gute Idee. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das macht. Also tragt ihr Sachen mehrmals oder wascht ihr die dann sofort? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Das Letzte, was ich dann mache, ist natürlich auch noch Staubsaugen hier in meinem Zimmer. Und ich muss sagen, wenn ich meine Haare bürste, verliere ich immer sehr, sehr viele Haare. Und deswegen ist so eine Sache, die ich immer hier vorne gerade machen muss, wenn ich meine Haare bürste, dass ich dann diese ganzen Haare auch wegsauge, damit alles wieder schön sauber ist. Und das war jetzt so meine wöchentliche Putzroutine, was ich jede Woche, beziehungsweise jedes Wochenende immer mache. Wie ich habe auch schon gesagt, halberäume ich jeden Morgen und Abend immer so ein bisschen auf, damit nicht dieser große Haufen an Arbeit entsteht. Aber so aufwendigere Sachen, wie jetzt zum Beispiel Fenster putzen oder Bettwäsche weg sind, mache ich natürlich jetzt nicht jede Woche. Deswegen habe ich das noch nicht gezeigt heute. Schreibt mir mal gerne mal in die Kommentare, wie ihr das bei euch so macht. Das würde mich echt interessieren. Dann vielen Dank fürs Zugucken. Vergesst nicht, bei Klinik vorbeizugucken. Ansonsten könnten euch auch noch diese Videos hier gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns sehr bald hier mal wiedersehen. Tschüss!